Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde PUBG, äh, PUBG Fortnite mit Zetro. Nein, jetzt bin ich rausgesprungen. Oder dann lass ich unten landen. Da. Hier. Das ist nicht Dirty Dogs. Dirty Dogs ist da hinten. Ja, ach so. Ich lerne hier bei der Tankstelle. Das ist meine. Bistisch, Sebastian. Ich mach die Baste nicht in die Luft. Ey, Junge, wir jagen hier nichts in die Luft. Noch. Kresse. Ich hab Granate. Bist du Schelle? Ja. Ja, kann ich hier geben. Ich hab ne grüne Acker. Ja. Verstecken. Wie bist denn du? Ach so, du bist hinten bei den Feldern. Äh, darf ich kaputt machen? Ja. Ja. Ich mach die Tankstelle kaputt. Ich mach die Tankstelle kaputt. Guck das wohl nicht einmal. So, warte. Es brennt, es brennt, es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Er ist ein 40-min. Jung, kannst du Englisch? Ja. Zweite. Kiste.. Nimmt man das. Kiste mit K. Die Kiste hier oben gehört mir. Das ist hier. Das war gerade verdammt. Hey du? Was war drinnen? Granate! Ja, dann gib die her. Ich hab schon drei Granaten. Boah, du hast den Trepp. Lol, Edith Skills am Start, Alter. Hä? Was willst du? Hallo? Wow, Alter, Edith Skills. Was willst du? Ah, Junge. Alter, was schießt du? Keine Ahnung. Gib die Granaten. Ja, warte. Ey, wenn du die jetzt wirfst, ne? Ich ziel, ne? Ja, und du kannst mir keinen Schaden zu tun. Doch. Echt? Jetzt gib! Du hast den doch. Wo ist denn der Händler? Und, ich hab noch Fläschig, komm. Ja, komm halt her. Ich bin mal am Händler. Ja, ich hab Mais geholt. Mais ist wichtig. Mais fördert Leben. Ja, kannst du dich. Wenn dich was fördern, ja, dann bin ich ja beruhigt. Ups. Äh, weißt du das? Ja, ich bin auch beruhigt. Mh. Es ist halt so. Ähm. Wass mal. Äh, so was sagt man nicht. Ja. Böse Wichser. Ähm. Oh, ich hab gedacht, da steht einer. Ich hab ne Gris-Tech. Und ich hab ne Grün-Tech. Ich hab ne Grün-Tech. Äh, ich hab Grün-Tech. Äh, ich hab Granaten für dich. Ich hab neun Granaten. Wieso hast du die Kiste hier unten nicht mitgenommen? Wieso hast du die Kiste hier nicht mitgenommen? Alter, hör auf! Junge, ich hab zwölf Granaten. Ich hab' die Kiste hier. Nächste Kiste! Ja, Junge! Diggi! Wo ist Hähnlöl? Wo ist denn da hin? Oh, ich hab' die oben, ich hab' die auf dem Fenster! Oh, ich hatte die Nummer. Der da raubend nur was. Ah, die Pumpe ist scheiße. Hm, wieso hast du keine Kiste? Ich hab' schon beide ausgeraubt hier unten. Wieso nimmst du die Hebefrunschwünsche nicht mit? Du hast nur ne... Ja, nimm wenigstens die grüne mit. Du hast ne graue. Ja, okay. Hey, die Witzka! Ja, die hab' ich grad' da hingelegt. Ich weiß schon gut, ne? Ja. So, ich lauf' jetzt mal in die Zone. Wiii! Ah, nicht tanzen. Das kann ich nicht. Lol, da hinten wird geschossen. Echt? Ja, aber nicht auf uns. Komm erst mal, Zone! Komm mal, Zone! Jaaa! Ich hab' wenigstens eins. Hä? Ey, dein Maul hätte da... ...dann würde ich jetzt nicht sprechen, Schlau. Lol, die scheit' nur dirty. Aber wo? Hä? Wo? Ah, Lol, da! Lol, die? Fliegen die weit? Was? Lol, ich bin der Beste, ne? Wir gehen erstmal in die Zone. Ich bin schon in der Zone. Ja, Junge, wo? Digga... Von hinten kommen Gegner, also von Dirty Dogs hin kommen Gegner. Ja, und? Ich bin schon weit glücklich. Ja, Junge, warte halt mal auf mich. Ich bin dein Teammate. Ich hab' nichts gedroht. Kiste! Ja, ist mir noch egal. Und noch eine Flashies. Ja, dann komm halt her! Da vorne ist der Mandalorian, da würde ich nicht hingehen. Der killt dich. Ich bin auf dieser Pumpe. Ja, seh' dich. Und noch eine Kiste. Junge, auf mich wurde gesniped. Aber von wo? Ja, aus seinem Arm. Wo ist der? Junge. Junge, deine Mutter, Alter. Was ist mit meiner Mutter? Die hat noch. Heinz! Junge. Hey, lol, wo ist denn die? Ich bin aber kein... Ja. Egal. Hä, wo... Junge, von wo hat der auf mich gesniped? Junge! Check's halt nicht! Check's halt nicht! Tigger! Na, da hinten ist sie! Ja, okay, jetzt hab' ich ihn auch gewinnen. Ja, kommt in die Zone. Junge, Emil ist an den Start, Alter. Emil ist on point. Ist der in die Zone? Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich seh' ihn nicht. Ich seh' ihn nicht. Ich weiß, wo ich bin. Ja, Junge, bist hinter mir, Alter. Zeit? Bist in der Mülltonne. Da, wo du hingehörst. Ja. Hä, aber wo ist der hin? Da hat sich der hinten in der Zone eingebaut. Ja. Hey, aber ich sagte, du wirst gleich noch gesniped. Ja. Wo ist der? Ich seh' ihn nicht. So, der. Wir bist jetzt voll weit. Der ist oben auf Berg. Da irgendwo. Ja, dann halt so wenig Zeit, dass ich weit steigen kann. Ich will vornherein. Der ist da oben irgendwo. Der ist da oben irgendwo. Der ist da oben irgendwo. Alter, laufsteigen. Leute, das ist ein Igel. Kannst du die Granaten mitnehmen? Nein. Ja, kannst du, kannst du. Und du brauchst nur eine von den beiden MPs. Du hast zwei. Die Fläche, die flachen. Perl, das ist schon schön. Sieht rein. Da vorne sind welche. Ja. Oh. Vorher fläche ist nicht drücken. Mann, der ist nicht rein. Deine Handküppel. Auf dem Tank stelle. Fah, fah, fah. Hey, ich bin ausgestiegen. Ja, auch. Tank leer? Nee, Tank ist nicht leer. Hey doch, Fetto. Lol. Junge, sein Internet. Ist das Beste. Ui! Ui! Ach man, ich wollte... Ach, sind die nicht Bots? Und... Hier... Schei... Und ich habe keine Messe, Alter. Oh! Ich sehe irgendwo hier... Der Tank... Ja, in Catty Corner, da würde ich aber nicht hingehen. Das sind viele, viele. Hier ist aber einfach ein Boot. Also ein Boot. Ja, weißt du mal auf mich? Na gut, ich warte hier... Hier... Ich hab's nicht gepackt. Find ich nicht. Da in dem Haus sind drei Kisten. Ganz oben... Eins weiter unten. Da gibt's blaues. Was liegt da? Hier sind liegen Splashies. Das nützt aber nichts, weil du schon voll bist. Das nützt aber nichts, weil du schon voll bist. Nö. Erstmal, du hießt auf mich allein gewöhnt. Hä, bei dir ist es wieder bei mir gerade. Ja, du musst hier hoch, Alter. Hält ich's ganz unten? Ach nee, das ist... Ach nee, das ist... Ach, ey. Ach, ey. Das ist ein Flaschen. Ich wollte ja die Zieren, Junge. Ich würde sagen, wir chillen immer in dem Haus. Wir bleiben da erstmal. Okay, mein Auto, komm mal. Ich bin auf Flucht. Alter! Komm, wir chillen uns hierhin. Wir chillen uns hierhin. Komm, Sebastian, komm hier rein! Oh, jetzt soll ich auch was kommen. Wow! What the fuck? Junge, war eine Edit-Skills. Junge, war eine Edit-Skills. Ja, wir sind jetztackens. Nein! Da musst du es wieder hinbauen. Ehm? Alter, dieser Typ hat Probleme. Ja, habe ich. Ja, habe ich. Alter, dieser Typ hat Probleme! Ich weiß schon, dass, keine Ahnung, für die Gegner auf uns aufnetzen sollen. Ja. Ich sag's. Ich sag's dir, ne? Da vorne sind welche. Da vorne haben welche geschossen. Da ein Lazy. Alter, die sind hier vorne. Ich hab' einen. Da, da oben. Deck gebaut. Werf Granaten hin, welche du hier hast. Junge, er snipe mich. Der Sniper King. Genau, geh rein, Sebastian. Ich bin tot. Nein, hat der nicht. Das war's mit dem Video. Ich bin, die schizo. Ich bin, die schizo. Das war's mit einer Ahnung, das war's. Das war's mit dem Video. Ich bin, die schizo. Ich bin, wie woke dich. Musical könnte Maratzei.